Im heutigen Video werden wir Ihnen beibringen, wie Sie eine Spüle freisetzen können, ohne Werkzeuge oder kontaminierende Flüssigkeiten zu verwenden. Wie Sie sehen können, ist diese Spüle verstopft und lässt kein Wasser durch. Um dies zu tun, brauchen wir nur einen Stab, der verwendet wird, um den Kaffee oder irgendeine andere ähnliche Stange zu rühren. Was wir tun müssen, ist es in den Abfluss zu legen und es zu bewegen, um den Schmutz zu entfernen, wie wir im Video sehen. Dies muss wiederholt auf allen Seiten des Abflusses erfolgen. Nachdem wir es eine Weile getan haben, sehen wir, dass jetzt das Wasser perfekt verläuft. Wenn es Ihnen gefallen hat, teilen Sie es mit Ihren Freunden und abonnieren Sie unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.